Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einer neuen Folge von Was ist das? Wir sehen hier ein neues Paket, vielen Dank dafür an getgutes.de und jetzt schauen wir mal was da drin ist. Folie und da sehen wir schon die Verpackung, im Großteil der Verpackung. Mehr zeige ich euch aber nicht. Kommen wir mal zu den Tipps. Erstens, der Hersteller setzt mit der neuen Reihe auf ein komplett neues Konzept. Zweitens, das Gerät hat einen Quad-Core Prozessor und ist mit 1,5 GHz getaktet. Und drittens, es kommt mit einer Displayauflösung von 1280x720 Pixeln und besitzt eine Benachrichtigungs-LED. Also Leute, was ist das? Das Gerät hat einen Quad-Core Prozessor und hat einen Quad-Core Prozessor.